Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Ah, perfekt. Perfekt, dass ich so viel sehen kann, Digga. So, jetzt. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Zocken mit Max und Insko. Die Mucke mag ich. Mein Fahrrad wurde mir geklaut. Und seitdem hast du dich entschieden, AMG GT zu fahren, oder? Einfach 1984, das ist so heftig. Da war Monte erst zwölf. Ah, lol, neue Aufgabe. Was ist das für den... Hä, findet ihr das lustig, Digga? Ehrlich, Alter? Ähm, hm? Ein Adlerzeug. Ja, eben der. Ah, ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Erstmal die Werbung, Digga. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich an den Eiern zu zwicken. Hast du dir jemals deine Eier eingezwickt? Ah, oh! Manscaped Lawnmower 3.0 wurde speziell dazu entworfen, um das Rasieren unterhalb der Gürtellin... Das ist für Werbungen. Sascha Safe am selben Abend noch. Oh, eh. Das geh ich immer bei Snapchat als Werbung angezeigt, das mit Eierrasierer und so, Digga. Auf ganz komisch. Äh, kannst du mal vorbeischauen, liebe Grüße. What's that, dude? Da war wohl da auseinandergenommen, ey. Boah, eigentlich können wir das heute auch angehen, oder? Eigentlich könnten wir das heute auch weiterhin angehen, oder? Aber wer ist heute live, Digga? Man muss mal gucken. Müssen wir aufpacken. Oh mein Gott, meine komplette Hose ist nass, dude. Digga, das waren 500 Milliliter Wasser. Oh mein fucking Gott, du fucking Idiot. Hä, seid ihr bescheuert? Seid ihr völlig lost? Was seid ihr denn? Wie lost seid ihr denn? Wart mal, die lost sind. Oh, lol. Ihren Bruder Ui will schlafen. Hallo, wir wollen doch nochmal rausgehen. Wir wollen doch nochmal rausgehen, Digga. Hallo. Wir müssen doch mal rausgehen. Wie oft geht man mit so einem Hund so raus, so durchschnittlich? Dreimal locker, ne? Dreimal? Ist doch safe, oder? Komm, wir wollen rausgehen. Komm raus. Du musst doch jetzt noch gleich ein fein Kacki machen. Geiloh. Joa, nix für schmache Nerven. Boah, nochmal zwei. Nehmen wir gerne an. Elton ist doch kein Problem. Ach, Mann, ey, Kylo. Ja, man muss ehrlich sagen, ich schwöre, ich finde Monty ist ein Hund echt hässlich, ja? Bei aller Liebe, Digga, der Hund ist echt, also, wenn ich mir einen Hund auswählen würde, dann nicht so ein wie er, Digga, ehrlich. Ach, Mann, ey, Kylo. Monty im Mario Kart-Turnier. Bist du Link? Bruder, Kylo. Hey. Die ganze Zeit war ehrlich, Digga. Monty reagiert auf kein Konzept. Ne, Kylo. Jetzt, Bruder. Sorry, der Mann will jetzt im Mittelpunkt stehen und so. Ja, Digga, ey, wie Delta, die will ja auch immer Aufmerksamkeit, ja? Komm, nochmal zwei, weil du Kongolese bist wie ich, stark. Okay, ne? Das tut mir heute weh, nachdem ich Herr der Lego-Teile hier kenne. Ne, wie heißt er denn? So haben wir, so nirgte Papa, nirgte Papa, damals in Gymnasium gab's diesen Song als Analyse, haben wir einen Test darüber gemacht und ich hab eine 6.0 kam und danach bin ich runtergeflogen auf die Realschule. Ey, ich schwöre, ich muss sagen, ich fand das Event war geil von Amar. Ich schwöre, das hat Spaß mal zu gucken. Das war richtig geil fand ich. Best of Amar Spin, Bull's Dream. Baby mit 200 EQ-Play. Sieh mal den Ring, andere Seite. Du, entsichern, den Ring ziehen. Den Ring ziehen, entsichern. Entsichern, den Ring ziehen. Zieh den Ring, zieh doch dran. Bist du glücklich? Geht es, geht es. Zieh hin, zieh hin. Ich hab Angst. Na, mach doch. Bam. So, Micky hat keine Rauchgranate mehr, wir können los. 300 IQ-Move, Digga. Was geht auf Zack, aber es geht. Darauf erst mal bisschen Ketchup. Probate. Jetzt aber. Micky, willst du ernsthaft da umsitzen und auf den Scheiß-Ketchup warten? Du hast bald den größten Boxkampf deines Lebens gegen diesen Mann hier. Der gibt dir den Arschbrücher des Todes, wenn du den Kampf nicht ernst genug nimmst. Guck dir den Killer doch an. Und dann, äh, 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 weh, äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Du bist nicht annach, ne? So, das ist ja ziemlich herausfordernde Nummer. Sieh, es juckt an gewissen Stellen und so, wo weh, ma? Die Teams, habt ihr mitmacht auf den Arsch geht? Primax, einfach deutsche Obelix. Junge, du hast auch einen Boxkampf. Warum rauchst und frisst du so viel? Mama, Papa, darf ich bei euch schlafen? Da ist ein Monster unter meinem Bett. Damn, damn, boy. Damn, boy, he's lit, boy. That's a dickass, boy. Damn. Fett Arschloch aus. Nur Spaß, ich liebe dich, Anna. Ich hoffe, ich werde nicht wegen Bodyshaming gecancelt. Apropos Bodyshaming, was macht der Lauch eigentlich so? Ich werde einfach weiter Fahrrad fahren, bis ich am Ende der Tra... Was? Der Mann rappt auf Deutsch? Yeah, und ich bin mit dem Fahrrad bis zum Fahrrad gefahren. Und von diesem Fahrrad zum anderen Fahrrad werde ich weiterfahren. Elena hat Monte doch noch den VIP-Zugang gegönnt. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Ja, weil die... Die hat ihn ja geradezu versprochen, zu ihm ohne Fans oder so. Ein Tag in Knossis Leben. Wer hat Bock? Oh, da ist der Aufzug. Fahren Sie mit? Ich mach ein Video-Holung. Viel Spaß, aber. Ich knoße mich auch so anders, ne? Tschüss. Der Mann so abgefuckt, der sagt nicht mal Tschüss zurück, ja. On-Stream-Eskalation mit Ron. Schaden. Eskalation mit Ron. You make me this, bring me up. Er war da noch bei sich zu Hause, ne? Ist nicht Hotel oder so, ne? Er ist echt anders. Was war das gerade für ein Reinkommen? Das gibt es doch nicht. Aber ich würde niemals von einem fremden Mensch das Handy kaputt machen. Es sei denn, ich würde da drauf, keine Ahnung, Kinderp... finden. Natürlich, dann würde ich das zerstören. Oh, ich weiß nicht, ich würde zu einfach zum Punkt bei dir. Weee. Bist du auch aufgeregt? Ähm, es geht zurück. Weißt du, wenn man gegen solche Leute antritt, das wird schwierig. Das Event hab ich zum Beispiel gar nicht wirklich mitbekommen. Also das hab ich mir nicht angeguckt, ja? Ja, schade. Kellys knallharte Konkurrenz. Das war lustig, Digga. Es waren echt ein paar lustige Sachen dabei, ja. Try makes anders, Digga. Verloren.